Witzig! 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 Und damit Hallo und herzlich willkommen zu Rocket League! Hallo! Zu dritt! Wieder! Endlich! Und wir spielen direkt Rumble! Sion hat keine Ahnung was Rumble ist, deswegen wird es erstmal richtig geil für ihn, wenn es alles eskaliert! Warum ist da so ein Typ markiert gewesen? Weil du ein Item hast. Rechts unten ist das. Alle 10 Sekunden wird für dich ein Item frei geschaltet, was du einsetzen kannst. Das ist individuell. Manche sind dafür da, dass du dich quasi zu einem Ball hinboosten kannst oder den Ball wieder wegschießen kannst. Oder auch andere Leute halt, ich sag jetzt mal foulen kannst, indem du denen halt einen Boost verpasst. Oder du hast irgendwie so Spikes, wo dann der Ball an dir dran heften bleibt und dann BAMS! kannst du dann ja Scheiße machen. So zum Beispiel! Ja, und du hast zum Beispiel gerade... Okay, verstehe. Ja, und es gibt ja verschiedene Items. Also es ist... Zum Beispiel, was du gerade hattest, das sieht aus wie der Power... Also es war so eine Faust, glaub ich. Äh, das ist so ein Power-Ding. Da kannst du nur eine leichteste Berührung beim Gegner... Oder was meinst du? Ne, du hattest die Faust. Du hast Commander Faust gehabt. Ne, äh, ich hatte... Oh, Commander Faust! Achso, ja, wenn der dann so, äh, blitzt und so, gell? Genau. Ja, das ist dann, äh, auch, das gilt auch für den Ball. Also wenn du den berührst oder den Gegner berührst, dann fliegt der voll weg. Okay. Genau. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Schuh und dann kann ich einen Gegner wegkriegen. Oh, oh. Okay. Und die Spikes sind eigentlich so ein bisschen, äh, eins von den guten, ähm, Dingern. Items. Genau, weil dann klebt er an dir fest. Alter! Und dann kannst du quasi... Und dann kannst du ihn ins Tor tragen. Verstehe. Ist halt alles ein bisschen all over the place, sag ich jetzt mal. Alter, schweil der Kau. Oh, ich habe die Spikes, Leute. Okay. Ja, okay, okay, okay. Hast du? Ich gehe vor. Oh, 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 oh. Ah! Ah! Nein, das ist doch peinlich. Ne, 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 hier ist nichts peinlich. Hier ist alles random. Jetzt, Robin. Ich habe den Ball! Aufs Tor. Nein! Was war das? Was war das? Scheiße! Wir sind Team Rot. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein! Ich bin tot. Nein! Ich habe nur einen gefroren. Ich war auf dem Weg dahin. Ach so. Oh, scheiße. Warte. Den Friesen. Ich habe einen gepowerboostet. Dingens. Kack. Fliegen. Fliegen. Oh. Jetzt wurde er gerade gehört. Ich spiele das Spiel jetzt schon im ersten Mal seit drei Monaten oder so, deswegen ich bin wahrscheinlich sehr scheiße. alles cool, alles cool. Ja, alles cool, alles cool. Deswegen direkt mal random machen, damit es keinem auffällt, dass du scheiße bist. Genau. Ah, schön. Das ist hilarious. Okay. 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 Sehr gut. Konversation hier am Sch... Oh, oh. Oh. Jawoll Sinan. Also guck mal. Guck mal. Ist nichts passiert. Ja. Was war das jetzt? Also ich hatte Magneten und der andere hatte so... Mach in die Mitte. Ich bin in... Ah, ne. Der ist Mitte. Ich hol den mal in die Mitte. Vielleicht klappt das. Jawoll. Sehr schön. Oh, er ist eingefroren. Warte. Ich habe Kommando Faust. Ah, nee. War noch nicht. Magnet. Kommando Faust. Hilfe. Kommando Faust. Sehr gut. Oh, der wird... Ich werde angerufen, oder? Werde ich angerufen? Schade. Ich werde nicht angerufen. Und als ihm kam. Ich? Was? Der Ball, meinst du? Naja, der Ball. Hello. Coole Sache. Oh, der war viel schneller als ich. Oh. Das war interesting. Scheiße. Oh, jetzt geht sowas wieder. Und Action! Haha, lol. Sehr lustig. Oh, Hilfe. Das ist sehr witzig. Das habe ich ja noch nie gesehen. Oh. Ähm. Ähm. In die Mitte, in die Mitte. Ah, fuck, 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 fuck. Der hat ein Magnet. Ich habe ihn weg. Ja, sehr gut, Robin. Ja, nicht gut genug. Scheiße. Scheiße. Einer habe ich weggeboxt. Was heißt, die Spikes nochmal? Scheiße. Äh, dass du den... Genau, das ist da. Fahr ins Auto. Äh, Fahr ins Auto. Fahr ins Auto. Fuck, nein. Der war irgendwie gerade... Ähm. Weg mit dir, Tornado. Fuck. Alter. Oh, lauwe. Der Kosta hat mich ja bewegen. Oh, oh. Ja, ich schrotte die gerade. Oh, das war jetzt dumm. Alles gut. Der Kosta macht es gerade. Er macht Kommando Faust. Nein! Scheiße. Oh, oh. Fuck, gar mein Problem. Okay. Ähm. Ja, der ist dran. Oh, Alter. Wieder gefreezed wurde. Ich dachte, gab es auch noch geblattet. Nein. Verloren. Danach spielen wir wieder ein normales Game, damit er sich erstmal wieder an die normale Steuerung gewöhnen kann. Würde ich zumindest sagen. Ähm. Okay. Ich bleibe erstmal hinten ein Tor. Ähm. Nein! Oh. Alles safe. Epiköse. Oh. Bäm. Oh. Oh. Nein, nein, nein. Dauerboost. Hilfe. Scheiße. Scheiße. Oh, das war... Das war alles geplant. Das war scheiße. Das... Sieh, das maximal überfordert. Boah, das mag ich richtig gerade. Ich schwitz gerade richtig. So, 4-3... Äh, 4-2 steht es aber immer noch. Also alles cool. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Scheiße. Oh, da kommt es sogar. Scheiße. Was ist das für ein Item? Ähm. Ähm. Oh, oh. Ich stehe im Tor mit Tornado. Okay, jetzt habe ich keinen Tornado mehr gleich. Ey, Leute! Oh, geil. Der hat mich gesaved. Der Gegner. Das ist warm. Alter. Ich habe ihn gerade gefreezed. Ja, das war ganz gut. Fuck. Nein. Nein, nein. Boah, wie ich mich an dem... ... an dem Kommando Faust-Typ wieder... ... vorbeigesneakt habe. Alter. Jetzt haben wir gerade meinen Handschuh. Oh, Hilfe. Wir betreten. Aua. Komm schon, ich will noch einmal. Nein! Ich habe gerade den... Jo. Ja, das kennt der Sinan auch noch nicht. Immer wenn man gewinnt, hat man hier nochmal so eine... ... so ein, wie nennt man das? Tribüne... ... nee, äh, Treppchen. Ja, so... ... so in der Art. Wollen wir dann jetzt einen normalen Modus nochmal spielen? Ach stimmt, genau. Wollen wir jetzt direkt schon switchen, oder? Hm... Achso. Ich habe die Folge noch... ... also zwei Spiele oder... Ja, okay, dann machen wir noch eine... ... machen wir eine Rumble-Folge. Genau. Ja. Okay. Ich glaube Sinan ist noch da. Ja, Sinan ist noch da. Ja. Ja, ja. Senor Scrap... ... und Granted. Ah, das sind die beiden von vorhin? Ist ja witzig. Ah ja, wir sind doch ganz normal weiter gegangen. Das ist ja kein Rank. Ähm... ... ja, aber wenn... ... aber wir... Achso, ja, genau. Egal, egal. Ja, wir haben alle bereit gedrückt, aber ich... ... ich hab nicht, ähm... ... Rematch gemacht. Ich dachte, dann kommen dann andere Leute. Ah, ne, egal. Ah, fuck. Ja, da kommen ja immer dieselben Leute eigentlich. Sehr gut. Ah, nicht ganz. Ah. Ich... Ich... ... ich trete sie alle. Ja, das... ... Sinan ist Markbill, weil du er fordert. Ich mag. Ah... Herrlich. Was ist denn? Wird er geportet? Oh! Kommando Faust! Hey, ich hab einen Wirbelsturm oder sowas Leute. Ja, genau. Dann muss er da zum Ball fahren. Oder zu Spielern. Dann fliegen die weg. Oh! Ah, nein! Sehr gut! Nein! Kosta ist... ... der Wirbelwind. Ja, ja... Ja! Jawoll! Ja! Sag mal. War geplant. Genauso wollte ich den haben. Ja, ja... Also... War geplant. Also... Wie geplant. So! Es gibt eine richtig geile Version davon. Und dann wird das so editiert und dann sagt er... I have a plane. I have two towers. Ohohohohohohohohohoh... Eleven! Ohohohohohoh... Das ist echt lustig. Alter. Alter.... Ohohoh... Nein! Hilfe! Hey, Leute, entspannt aus, ey. Weg da. Oh, weg bei dem Ball, denkt sich der Keeper. Ich hab Spikes. Oh mein Gott. Nein. Boah, Alter. Hilfe. Hilfe. Scheiße, 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 Scheiße. Scheiße. Nein. Nein. Warte, Kosta. Ja, genau. Warte. Sie, nach links. Ah, okay. Sehr gut. Ich hatte Spikes deswegen, aber hat er gemacht. Ja, ja, genau so. Ja, ja, jetzt sind wir nach links. Und das ist ein Tor. Macht Spaß. Schön. Ja, ist witzig. No. Macht Spaß. No. Als hätte er mich gehört. Ja. Fuck. Alles cool. Boah. Ich hab gerade alles kassiert, ey. Ich wurde getreten, ich hab einen Boost kassiert und... Ja, komm, komm, komm. Sehr gut. Jawohl. 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 Jetzt werden richtig Ärsche aufgerissen. Erstmal Kosta weggehauen und dann noch reingemacht. Ich wurde weggeteleportiert, Mann. Ja, aber ich hab mich weggeteleportiert. Nein, Sine. Nein, Sine. Nein, Sine. Nein, Sine. Nein. Aber er fängt gefällt. ist er jetzt ernsthaft? ist das jetzt? ah ne, ich dachte, weiter oh oh, koste er? oder einer von euch? oh, ich hab Dauerboost Scheiße Kommando Faust ich wollte ihm wieder ins Tor schlagen ach so oh, sehr nice go Sinan ich hab Spike Boxhandschuuuu ist sehr gut ah, gefällt mir bam, in your face 140 kmh klar what the fuck meine Liga sehr gut ah Mist warte was war das? das ist jetzt scheiße und weg der fliegt gut, sehr gut, Kosta Zaubererei ok den einen hab ich auch geschafft ich hab Spike NEIN oh suck on them tiddies, Junge warte mal, ist kalt sein Pömpel rausgeholt Magnus das ist Sinans zweitname nicht wo das ist Sinans zweitname wo warte scheiße oh sehr gut sehr gut wie geplant warte formando Faust bam fliege i have a pain oh god jetzt fang ich schon selber an ey nein Sinan ich wurde geschubst ja 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 ich merke schon warte ich hab ich hab Spikes ähm ja wer hat den reingefroren? ich nicht ich hab Spikes hab sie sogar danach noch aktiviert man sieht's jetzt wenn man nach hinten guckt ne kann man nicht sehen wenn man nach unten guckt ne kann man nicht sehen ne kann ja auch nicht ne egal vergesse es so go alle drauf drauf auf die Mutti da ist die Powerbole her auf die Mutti hör was diese wimmelwind jawohl der hebt ab der ist weg der Typie so jetzt haben wir hier ein bisschen Chaos Hilfe ok der hat Magnet warte ich save der ist noch weggekickt gewonnen gut das reicht es reicht es als Folge koste? ja klar eine Zauberei ja sehr schön gemacht also bis zum nächsten Mal ich hab die Antwort nicht haut rein tschüss ciao